Beanspruchen. Ha! So sieht's aus. So, einen wunderschönen, liebe Zockermannschaft. Wir sind wieder zurück in Mordor. Da, 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 da. Oh doch, das Monument. Ha, ha, ha. Und weg mit dir. Plup. So. Guck mal, er hier. So, das haben wir ja auch erledigt. Ha, ha. Theoretisch haben wir hier noch, äh, paar Viecher. Hm. Wollen wir die wegmachen? Der auf jeden Fall. Wo finden wir ihn denn? Aha. Ne, weg mit dir. Das ist er. Sollte ja kein Problem sein, den jetzt, äh, wegzumachen, oder? Und weg mit dir. Und weg mit dir. Nix können er. Wie er nix drauf hatte. Ja. He, 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 he. Das war mein Instant Kill. So, dann haben wir hier noch einen und da noch einen. Äh, ich glaub den 24er kann ich nicht. Da drüben wäre noch eine Machtprobe. Hm. Kann mir den Seher auch wegmachen. Ist er denn hier in der Nähe? Wo ist denn meine zweite Sicht? Wie kann ich denn? Nein. Wie kann ich mich denn? Wie kann ich denn sehen? Wie, wie, wie war das denn nochmal? Ach nee, dich nicht. Geh weg. Wie kann ich denn nochmal? V. Da war ja was. Ich sollte auf V gedrückt halten. So, wo ist denn der Arsch? Da ist er. Posh. Hallo, Posh. Die schnapp ich mir. Wenn ich mal hier bin. Posh der Seher. Wie jetzt? Sieh her. Wir beide sind dazu bestimmt, uns zu treffen. Gleich hier und jetzt. Seit ich das weiß, bereite ich mich auf diesen Tag vor. Jetzt ist er da. Und ich will deine Niederlage auskosten. Du kannst deinem Schicksal nicht entkommen. Sagt er. Er zürnt. Du hast keine Ahnung, mit wem du dich hier anlegst. Weißt du das? Nix können. Du weißt nicht, was Leid bedeutet. Aber ich zeig's dir. Oh nein. Geh weg. Ich bin doch nicht mit ihm fertig. Ich bin doch nicht mit ihm fertig. Lass mich. Ich will nicht mit ihm kämpfen. Der, der, der 24er ist zu heftig. So. Ich bin doch mit dir noch nicht fertig. Gehst du weg? So. Weg mit dir. Der Seher ist weg. Und. Du. Weiß ich nicht. Ich. Will ich dich in meiner Crew haben? Ich glaub nicht, dass ich dich. Rekrutieren kann. Irgendwann, im Moment. Dich lass ich noch, ne? Ich. 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 Ich hau mal ab. Kann ich hier hin? Hügelgrab? Nee, geht nicht. Okay. Dann. Verschwinde ich erst mal. Tschüssi. Oh. Ein brennender Baum. Wer bist denn du? Kannst du mich verarschen? Keine Ahnung, wer du bist, aber. Au. Moment, ich kümmere mich mal um ihn hier. So, gehen wir weg. Eh, 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 eh. So, stirb. Du kannst doch nix. So. Wer auch immer du warst. Du bist nicht mehr. So, kann ich jetzt abhauen? Du, 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 du. Schnell weg hier. Der Typ ist immer noch hinter mir, oder? Du, 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 du. So. Kann ich hier irgendwo hoch? Ach, ich versteck mich hier einfach. Oh. Hundi. Oh, noch, auch noch Ghule. Ich will doch nur weg hier. Timo, könnte ich mich jetzt wegporten, oder? Gugelgrab. Nein. Kann ich noch nicht. Wer ist denn das? Hm, den machen wir auch weg. Aber den lasse ich noch, weil ich glaub, den will ich, äh, haben. Oh, au. Oh. Ich geh ja schon, ich geh ja schon. So. Jetzt erst mal wieder. Stille. Der Schwächste. Auf gut Deutsch, der kann nix. So. Alles gut, kann ich mich jetzt porten? Geht immer noch nicht. Wieso denn das? Ach so, weil ich da noch nicht war? Ja, ich glaub, das kommt ungefähr hin. Dann mach ich da eine Schnellreise hin. Mach den schwachen Typen weg. Und dann, was mach ich denn? So geht's. Wann bekomme ich eigentlich meine eigene Feststellung, mit der ich den ganzen Tag auf meinem Thron bin? Genau. Wann krieg ich eigentlich einen Thron? Erst bekomme ich einen Thron. Und dann können wir mal über dich reden. So, wie, wie, wie komme ich jetzt da am besten hin? Da lang? Yep, da lang. Dum, 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 dum. Ah, perfekt. Tag. Heute stirbst du für den hellen Herrscher. Für den hellen Herrscher. Zack. Hundis. Ich bin nur auf der Durchreise, Hundis. Ihr braucht, äh, ja. Ist egal. So, ab nach da oben. Hör auf zu lecken. Du darfst nicht lecken. So. Oh. Mal gucken, wie interessant das jetzt wird. holen wir jetzt einfach die ganzen Typen. Und die werden sich natürlich um den Hauptmann kümmern. Das wird so eine Blamage für den werden. Lauf, ich hasse diesen Eigen. Er nimmt mir die Sicht. So. Mach mal jetzt den hier fertig. Das wird richtig lustig. Hahaha. Der nächste wird eine Kiele durchbohrt. Los. Verkloppt ihn. Hahaha. Guckt, 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 guckt es euch an. Das ist wirklich der Schwächste. Wie der einfach mal von meinen, von meinen, von meinen, von meinen drei Leuten weggemacht wird. Sieht nach, was da runter ist. So, lasst, lasst mal Papa ran. So war das absolut nicht geplant. Das war's dann wohl für ihn. Nächstes Mal gehörst du mir. Niemals. Moment. So nicht. So. Kampf bis zum Tod. Dich rekrutiere ich nicht. Aus der Haut dieses Verräters werde ich eine Trommel und weg mit dir. Gereinigt. So. Kommen wir nun, äh, zu dem Ort, wo ich eigentlich hinwollte. Schnellreise. Und wir gehen den normalen Weg. Das soll schon, schon, schon episch sein, ne? wenn wir hier durchgehen. Wenn das Tor aufgeht. Da ist es. Das geheime Lager. So, dann wollen wir mal gucken, wie ich mich jetzt hier anstelle. Mit den Rätsel. Mit Eisen und Stein. Oder? Ja. Da kommt Eisen hin. Da vielleicht Horden. Horden herbeirufen. Wird ihnen nichts nützen. solchen, ähm, solchen, äh, solchen, solchen Kummer. Äh, schwarzen Horden. Horden habe ich schon. Näh, okay. Äh. Was habe ich denn noch nicht? Nee. Lass sie. Üppige Horden. Schlangen. Nee, Schlangen. Üppige Schlangen. Und hier kommen die Horden hin. Was fehlt noch? Nützen. Eisen. Beanspruchen. Ha! Lass unsere Feinde sich mit Eisen und Stein rüsten. Lass sie schuppige Schlangen herbeirufen, wie ihr wisst. Es wird ihnen nichts nützen. Niemand hat über die Zeitalter einer Armee mit solch einer Waffe gehabt. Solchem Kummer. Solchem Schrecken gegen die tiefschwarzen Horden, die es wagen. Herrschaft über ein bald schon strahlendes Mordor zu beanspruchen. So sieht's aus. Na, schau mal, ey. Na, guck, was legendäres. Meins. Bogen des hellen Herrschers. B. Was kannst du denn? So. Ich hab das. Seit wann hab ich ein 3 und... Stufe 23... Wie bitte, was? Den hab ich jetzt, okay. Davor hatte ich das hier. Und den könnte ich theoretisch zerkleinern, oder? Drei. Den will keiner. Interessant. Wo hab ich den denn her? Keine Ahnung, kann ich den zerlegen? Nee, geht nicht. Und was ist das mit dem Pfeil? Was hat das mit dem Pfeil auf sich? Upgradebar? Was muss ich denn damit machen? Was? Kopftreffer? Gegner einfrieren. Das klingt schon mal nicht schlecht. Gesammelt von... Wie jetzt gesammelt von... Ich dachte, das ist... Nee, das ist Bogen des hellen Herrschers. Okay. Wo hab ich den denn her? Habe ich was verpasst? Nee, ich hab keine Ahnung, woher ich den hab, aber... Okay. Wieso nicht? So, hab ich... Hier noch was? Der ist Level 13? Nee, der ist schlechter. Der ist genauso gut. Wie bitte? Aber ich kann den verbessern. Ach, das ist das! Ich kann... Ich kann dreimal verbessern. Ah, okay. Ja, dann... Verbesser ihn mal. Level 23. Okay. Das wird zerlegt. Interessant. Seit wann kann man jetzt aufwerten, die Dinger? Die... Das kann ich nur zerstören. Will ich die zerstören? Nee, eigentlich nicht. Wie kann denn ein Level 22 Schwert denn besser sein als das da? Na, machst du nix. Dann kann ich den hier zerstören. Wie sieht denn der aus? Der sieht aber schön aus. Moment. Was ist das? Okay. Zerstören wir das. Das sieht genau gleich aus. Schwert der Herrschaft. Ach, kann ich nicht zerlegen. Okay. Den nicht. Aber den kann ich zerlegen. Warum kann ich den hier zerlegen? Woher habe ich den eigentlich? Getötet von den Typen. Brauchen wir den? Eigentlich nicht. Man könnte den aber aufwerten. Vielleicht... Wird er denn... Was muss ich machen? Ich muss einen Marodeur Stufe 20... rekrutieren. Okay. Ein andermal. So. Stufe 20. Den kann ich auch wieder verbessern. Und jetzt ist die Frage, wenn ich den jetzt verbessere. Machen wir mal. Ist er besser als das? Ja. Da habe ich mich verdrückt. Da scheint ja einiges dazugekommen zu sein. Wegen verbessern und so. Davor hatten wir sowas nicht. So, wir haben hier einen Level 3. Wow. Wo habe ich denn die denn her? Keine Ahnung. Den nehmen wir jetzt. Warum ist der denn... Der ist episch. Achso. Zerstören. Schleicherangriffe gegen Hauptmann. Okay. Was ist damit? Was muss ich hier machen? Friere einen Hauptmann ein. Das ist kein Problem. Sollten wir hinkriegen. Dann können wir das hier zerstören. Damit müssen wir nur einen Hauptmann einfrieren. Dann können wir den verbessern. Okay. Okay. So. Was haben wir? Lass ein Gefolgs einen Feind töten. Okay. Aber das ist wiederum wieder besser. Aber ich kann das verbessern. Moment. Hat der irgendwas Besonderes? Nee. Nur mehr Fokus. Aber den kann ich aufwerten lassen. Dazu muss ich nur einen Gefolgsmann einen Feind töten lassen. Okay. Kriegen wir hin. Das kommt weg. Haben wir welche Juwelen zum... 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 Zum Aufwerten? Oh ja. Haben wir. Äh. Zwei. Äh. Zwei. Oh ja. Wir haben richtig viele Juwelen zum Aufwerten. So. Da können wir noch... So. Was macht das nochmal in Waffe? Okay. 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 Ich habe aber eigentlich überall Wohlstand drin. Außer natürlich da. Und hier. Mehr Schaden von Gefolgsleuten. Klingt erstmal nicht schlecht. Was würde mir das bringen? Weniger Schaden erleiden. Was würde mich der... Wow. Hauptmanne erhalten automatisch drei Stufen, wenn sie rekrutiert werden. Klingt lecker. Naja. Ne. Lassen wir es erstmal. So wie es ist. Läuft. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall eine neue Rüstung an. Die sieht... Ich kann mir Besseres vorstellen. Der Umhang... Ich kann mir auch Besseres vorstellen. Aber naja. Müssen wir halt damit leben. So. Jetzt gucken wir mal. Äh... Horsa... Lebt wieder. Das ist jetzt ungünstig. Aber den könnten wir vielleicht rekrutieren. Oder wollen wir schon die Festung stürmen? Ich weiß nicht. Also das mit dem Scherzbold, das finde ich zum Beispiel überhaupt nicht lustig. Aber vielleicht könnten wir ihn wieder für uns gewinnen. Da ist ein Schloss vor. Schatten beherrschen. Du musst... Auftrag zunächst die Verwässerung, Schatten beherrschen und freischalten. Äh... Gucken wir mal. Charakter. Wo ist denn hier Schatten beherrschung? Wo findet man das denn Schatten springen? Elbenboot? Schatten beherrschen? Nö. 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 Zorn? Ne. Schatten beherrschen. Wo ist denn das? Schatten beherrschen? Nö. 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 Eigentlich habe ich doch alles frei. Wo ist denn Schatten beherrschen? Auf die Schnelle finde ich hier gerade nix. Potale Kälte. Nö. 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 Ich habe aber alles freigeschaltet. Schattenangriff. Schatten beherrschen. Ach so. Schließ. Etariel Aufträge ab. Äh. Ja. Und wo finde ich die? Habe ich hier jemanden? Details Aufgaben abschließen. Eigentlich habe ich nur den hier. Ich muss noch ein paar Aufträge für sie machen. Dann wird es erst freigeschaltet. Ach schade, schade Schokolade. Dann müssen wir echt den Ethin hier machen. Gucken wir mal. Was? Der ist 23. Der ist auch 23. Okay. Äh. Der ist wieder da. Was für ein Zufall. Okay. Okay. Der ist 15. Ist mit dem im Dings. Das bedeutet, wenn ich den auch noch. Was? Konfrontationsauftrag. Wie kriege ich denn einen Konfrontationsauftrag? Und wo ist der Typ? Ich finde den nicht mal. Oh. Weiter reinzoomen. Ist der hier drin? Muss ich meine Leute auf ihn hetzen? Äh. 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 Der zeigt mir aber jetzt gerade nicht an, wo ich hin muss, oder? Ich port mich erst mal irgendwo hin. Es ist jetzt ein bisschen verwirrend, weil ich sehe den nicht mehr auf der Karte. Ich schicke einfach meine Leute los. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung wo der ist. Du! Nee, du nicht. Du! Achso, nein. Mach was mit denen. Hm, geht nicht. Denn überfall ihn. Oder den töten. Der ist aber in der Dings drin. Eindringen. 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 Oh, den können wir töten. Der ist da oben. Machen. Du machst es schon. Ja, dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge sehen wir den epischen Kampf von unseren beiden, äh, ja, von unseren Typen, wo er auch immer stattfindet, da unten. Und dann würde ich mal sagen, äh, in der nächsten Folge treffen wir uns da unten. Und dann versuchen wir das hier zu machen. Mal schauen, ob wir es schaffen. Und dann würde ich mal sagen, äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Und denkt dran, Leute. Immer schön den Lachs auf den Tisch kloppen, ne? Haha. Tschüss. Ahh. Tschüss. Tschüss. Liebe, danke.